Ballers Talk Nummer 9. Hallo zusammen. Die Bayern haben es geschafft. So schnell haben sie, glaube ich, einen Triple noch nicht geholt. Das Triple, ja. Das Triple in den Niederlagen haben sie schon mal. Es brodelt an der Säbner Straße. Wir gehen heute das Thema Bayern, Leverkusen und Stuttgart an. Also es in der Bundesliga brodelt. Jetzt, danach gehen wir kurz auf ein paar Themen. Groß ist heute wieder ein Thema gewesen. Dann ein bisschen mit Fußball, mit Business in Verbindung gebracht worden. Wieder mit Thomas Hetzberg und ein paar Influencern. Wir gehen heute die Themen an, fangen aber mit dem erkrankten Kind FC Bayern München an. Mit dem Bayern an. Team Bayern. Ich kann mir so vorstellen, wie du in der Kürbel die Bayern singst. Ja, es ist übel, was gerade um die Bayern los ist. Tut es weh? Ja, ich finde es krass. Ich habe aber einen Verantwortlichen von Alt-Präsidenten. Das ist, glaube ich, der Fußball-Fan-Club von Bayern, der Größte. Der hat ganz locker gesagt, ja, wir hatten jetzt so schöne elf Jahre nur Tegel geholt, Triple geholt. Ist auch okay, wenn wir mal so straucheln. Kann ich nicht sagen. Ihr seid ja natürlich dann verwöhnt, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, wie oft, Deutscher Meister, DFB-Pokal, habt ihr auch in den letzten Jahren mal gewonnen. Irgendwann mal wieder gewonnen. Champions League ist schon ein bisschen her jetzt, glaube ich. Aber da war schon einiges los in den letzten zehn, elf, zwölf Jahren. Gut, ja, kann man vielleicht mal sagen, weil wenn du mal eine Jahrpause machst und keinen Titel holst, kannst du dann schon, ja, kannst du irgendwie, kannst du schon verstehen, dass er das vielleicht sagt. Aber im Endeffekt ist Bayern München einfach, ja, schon eigentlich der Verein, der mindestens einen Titel immer holt und holen muss. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen wird es wahrscheinlich keiner verstehen, aber so ein bisschen, wenn man das mal raushaut, nach so krassen Jahren immer Deutscher Meister, eigentlich, hast du ja vorher schon unterschreiben können, dass Bayern Deutscher Meister wird. Dann, wenn du mal ein Jahr Pause machst, tut es uns Fußballfans natürlich auch mal gut. Und man muss auch mal ehrlich sein, die Saison ist noch nicht vorbei. Dann öffnen sich natürlich Chancen für andere Vereine. Genau. Unser Trikot des Tages. Ich muss aber sagen, für Bayern Leverkusen ist es für mich einfach sympathisch. Und das Ganze, wie das da gerade abläuft mit dem Trainer, die Spieler, wie die mitziehen, was die uns für schöne Momente schenken im Spiel, gerade gegen die Bayern, ist einfach geil. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Aber natürlich bin ich dann auch gespannt auf den jetzigen dritten Platz, VfB Stuttgart. Und ich sag dir was, wenn die Bayern jetzt nochmal gegen Leipzig einliegen lassen, dann ist der VfB hinten dran und dann werden die mal von hinten richtig, die geben richtig von hinten, Bruder. Aber jetzt lass uns mal bei den Bayern bleiben. Gerammelt. Saarbrücken haut Bayern im Pokal raus. Gefühlt haut Bochum Tuchel raus. Ja. Jetzt könnte es sein, dass Lazio Bayern noch aus der Champions League raushaut. Und dann ist sozusagen das Dilemma komplett. Aber worauf ich kommen möchte ist, Tuchel ist jetzt offiziell zum Saisonende gekündigt. Er geht. Und genau, ich glaube, Dresen kommt an die Säbener Straße, stellt sich vor die Mannschaft, ich weiß nicht, mit Trainer oder Rudet, und sagt, verkündet diese Sache. Mhm. Gibt aber der Mannschaft mit auf den Weg, dass jetzt genau die Mannschaft gefordert ist, wie sie mit dieser Situation umgeht. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt da in dieser Besprechung mit Dresen. Dein oberster Chef sitzt vorne und sagt so, ich habe jetzt deinen Trainer rausgehauen. Erwarte aber jetzt, dass du in deinem Kopf so einen Switch mit deinen anderen Kollegen durchboxt, dass wir nicht mehr so viel Thema auch in den Medien werden. Wie gehst du als Spieler damit um? Also, ich kenne ja Trainerwechsel. Ich habe auch so viele Trainerwechsel mitgemacht. Da kommt dann der, keine Ahnung, Vorstand, Teammanager, kommen alle hoch, zählen dann der Trainer weg, dies, das. Aber in diesem Fall ist es ja noch, der ist ja noch bis Saisonende, also es ist ein längerer Zeitraum. Aber in der Mannschaft, da geht es natürlich jetzt ab. Die, die immer gespielt haben beim Tuchel, die müssen natürlich jetzt auch wieder zeigen, was sie können. Es kann auch so einen Effekt geben, dass alles wieder besser wird. Weil die, die hinten dran sind, das sind ja oft die, die auch von hinten ein Messer stechen dem Trainer, weißt du was ich meine, arbeiten daran, an diesem Wechsel. Die haben sich jetzt, ja, keine Ahnung, sind natürlich belohnt worden jetzt, nennen wir es mal so. Und die versuchen jetzt aber auch wieder in die Mannschaft zu stoßen. Und das kann natürlich einen riesen Aufschwung geben. Der Trainer, der es wird, der weiß es vielleicht noch nicht, vielleicht weiß er es schon, das wissen wir alle nicht, der wird natürlich ganz genau darauf schauen. Und das wissen die Spieler. Da ist jedes Spiel entscheidend. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, kommt die Heim-EM oder wir haben ja genug Nationalspieler, die müssen sich ja eigentlich nicht immer beweisen. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, die spielen gegen den Trainer. Also das ist immer schwierig. Klar spielen die gerade eine Scheiße zusammen, aber das kann halt auch damit zu tun haben. Ich weiß es ja, dass einfach das Selbstvertrauen nicht da ist. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, nur weil die jetzt hier 10, 15 Millionen verdienen im Jahr, hier, da kriegst du auch noch eine Portion Selbstvertrauen für jede Mille mit so. Das ist auch nicht so. Du musstest dir auf dem Platz immer wieder arbeiten. Und da können die Ergebnisse dazu, wie ist der Trainer zu mir, das alles, weißt du, kommt alles dazu. Und momentan ist es wahrscheinlich nicht da, weil sonst wären solche Spieler natürlich überragend. Und du siehst es ja auch, da ist momentan, fehlt da was. Ja, aber kann jetzt der Spieler befreiter spielen mit so einer Entscheidung? Ich sage ja, es sind manchmal so unbewusste Sachen. Du wirst gefragt, wenn du im Abstiegst. Wir waren im VfB im Abstieg, dann fragt man sich, was ist los. Keine Ahnung, man kann das ja nicht wirklich sagen. Man versucht sein Bestes, aber da springt der Ball weg. Da haust du dann die Latte, da kriegst du einen ekligen Ball rein. Das ist einfach etwas, was man kann eigentlich nicht sagen, warum das halt so ist, weißt du? Und das Wichtigste ist aber trotzdem, was man sagen kann, ist Selbstvertrauen. Und wenn du hinten drin mitspielst, egal wie du da hinkommst oder so, das ist ja auch ein Prozess. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann ist das halt einfach so. Dann machst du viel mehr Fehler. Und dann färbt es an den anderen ab, an den, dies, der ist unzufrieden, weil er hat das Selbstvertrauen. Wenn du das nicht hast, bist du unzufrieden, meckerst den an, stimmt es in der Mannschaft nicht. Und das gibt so ein kleines Ding, schleichend, schleichend, schleichend. Das fängt vielleicht an mit einem Handy, machst dein Handy nicht aus, eine Handy klingelt. Handy klingelt in der Besprechung. Erstmal kostet es ja eh fett, aber das bringt dich schon raus. Der Trainer schaut drauf, oh, der ist nicht konzentriert. Dann haderst du schon mit dir. Das sind solche kleinen Dinge. Die kann man nicht, wenn man das nicht durchlaufen hat, kann man das gar nicht so fassen. Man sieht ja immer nur, was verdient der, was ist das, der hat doch mal das und das gespielt. Ja, aber du musst ja immer wieder, immer wieder und du weißt nicht, was ist vorgefallen im Training, privat, dies, das. Und das hat auch alles mit Selbstvertrauen zu tun. Dann auf dem Platz so. Und das ist schon auch schwer. Wenn du das Selbstvertrauen nicht hast, dann kannst du halt auch in die falsche Richtung laufen. Aber für die Mannschaft ist es natürlich jetzt schon auch für viele eine Riesenchance, sich zu zeigen, wieder aufatmen. Vielleicht hat es der eine oder andere vielleicht gebraucht, weil die waren wirklich in so einem Strudel drin, wo sie nicht mehr rauskamen. Vielleicht mit diesem Wechsel einfach, weil was Neues kommt, wird es vielleicht besser. Kann sein, kann aber auch sein, das geht nach hinten los. Dann eine andere Frage, weil du vorhin gesagt hast, man ist so satt. Glaubst du, dass vielleicht ein paar Spieler der Bayern einfach auch satt sind und auch, dass es diesen Spielern vielleicht auch besser tun würde, wenn sie auch mal einen Vereinswechsel durchziehen? Weil es gibt Spieler, die haben das Tribble gewonnen, die haben alles gewonnen. Die haben alles gewonnen und haben jahrelang den besten Fußball abgeliefert, waren immer obendrauf, werden die Spieler irgendwann satt. Ist es schwieriger, an diese Spieler als Trainer ranzukommen? Es kommt darauf an, was für ein Charakter bist du. Es gibt bestimmt Spieler, die sagen sich dann schon so mal, wenn es scheiße läuft, so, ja, mir doch egal. Weil, so, ich habe ja das und das gewonnen, dies, das und so. Aber immer wieder, wenn es dann wieder losgeht, ich glaube, es sind Momente vielleicht, wo sie sagen, aber wenn es wieder losgeht und du Fußballer bist, dann wirst du immer wieder Gas geben, weil der Konkurrenzkampf, der nimmt dich immer mit. Irgendwann ist es egal, also ich glaube nicht, also wenn du alles gewonnen hast, klar, willst du es wieder bestätigen und so und das treibt auch viele an. Es kommt natürlich echt immer auf den Charakter drauf an, 100 Prozent. Aber dieser Konkurrenzkampf, der stachelt halt immer wieder an. Und du wirst besser sein wie der andere, aber das haben wir Männer doch eh so in uns. Also ich glaube, dass der Körper, der Kopf einfach müde ist, aber dass sie es wollen, aber der ist einfach müde. Das glaube ich schon, dass es immer wieder Phasen gibt. Kommt natürlich dann auch darauf an, wie es läuft, aber dass jemand sagt, ach, mir ist scheißegal, die spielen wir halt einfach mal, glaube ich nicht, einen Vereinswechsel, da wirst du wahrscheinlich Thomas Müller so ein bisschen drauf, weil da war schon was, was war, ich glaube der Basler hat da irgendwie was gesagt oder irgendjemand. Irgendjemand, keine Ahnung. Also Müller, Kimmich, Goretzka, die kriegen gerade den größten Fett ab von allen. Ich sage mal so, klar muss man immer schauen, wie plant der Trainer mit mir, wie ist die ganze Konstellation, wer spielt vor mir, bin ich da erstmal der Vierte, wo eingewechselt wird auf der Position, da macht es natürlich schon Sinn, aber wenn du jetzt halt eigentlich immer regelmäßig spielst oder reinkommst, dann gibt Gas, dann ist halt der Glaube da. Aber wenn man jetzt mal den Thomas Müller rausnimmt, man darf halt auch nicht vergessen, wie lange hat er auf einem richtig krassen Niveau gespielt, was hat er schon geleistet, was hat er uns für Momente, Nationalmannschaft, auch bei Bayern, wenn man international angeschaut hat, Bundesliga war es immer scheiße, geliefert. Und da, was man nicht vergessen darf, der wird ja jetzt auch älter und das Ganze ist ja auch dann völlig normal, wenn es dann auch mal irgendwann mal nicht mehr so läuft. Aber ob da ein Vereinswechsel jetzt, ich weiß nicht, ob der das noch braucht. Bei Müller würde ich persönlich sagen, braucht es nicht. Aber ein Kimmich würde es für sein Ego brauchen, ein Goretzka auch, weil sie auch wirklich gute Spieler sind in meinen Augen. Ich würde Thomas Müller nur mit Bayern so assoziieren wollen, weil Thomas Müller ist für mich schon FC Bayern. Das würde mir auch nicht taugen, wenn ich den woanders sehe. Ich glaube auch, dass es für ihn sehr, sehr schwer werden würde. Klar, vom Charakter und vom Typ passt alles so, aber ich glaube, der ist halt einfach Bayern München. Also das muss man schon sagen, der ist Bayern München. Und wenn ich er wäre, der Verein wäre, würde ich das irgendwie so lösen, dass der wirklich dort aufhört und irgendwas übernimmt. Und er weiß, was Bayern ist und wie das zu laufen hat. Bei Goretzka, bei Bayern nicht, hat er eine gute Zeit gehabt. Eine Anfangszeit war ich glaube gar nicht so schlecht. Also ich fand, er war sehr lange konstant. Er hat sich reden lassen, aber mittlerweile ist er... Ja, aber schon seit Längerem gefällt er mir gar nicht mehr. Kimmich hatte auch eine brutale Zeit, aber mittlerweile ist es auch schwer. Natürlich ist es auch anders, diese Spieler sind auch nicht mehr... Weißt du, wo ihm das abnehmen vielleicht... Jetzt muss er eigentlich... Ist er der, wenn was nicht läuft, ist Kimmich schuld. Das hörst du ja immer wieder, weil er halt auch ein Typ ist und aneckt. Und wenn du das machst, habe ich auch letztes Mal, glaube ich, in meinem Podcast gesagt, dann bist du, wenn es nicht läuft, halt immer das Arschloch so. Aber gut, du musst halt wissen, wie du dich gibst und dann muss die Leistung halt auch stimmen. Und die stimmt halt momentan nicht. Er ist aber nicht schuld. Das ist eine Gemeinschaft, ein Team, dass jeder irgendwie dann schuld, wenn es nicht läuft. So ist es halt. Aber es ist halt schwierig jetzt, ob da ein Vereinswechsel vielleicht sein muss. Keine Ahnung, man. Vielleicht, das kann man aber auch nicht sagen. Vielleicht geht er wohin und es läuft gar nicht. Vielleicht bleibt er und nächstes Jahr ist er wieder der Kimmich, den man kennt. Oder hey, hallo, wir haben noch viele Spiele zu spielen. Was ich noch vorher sagen wollte. Bayern hat nur gegen Lazio Rom 1-0 verloren, auswärts. Die spielen zu Hause. Champions League sind die eigentlich brutal. Alter, wenn du da wieder gewinnst, dann bist du im Viertel. Halbfinale. Nee, Viertelfinale. Viertelfinale, sorry. Alter, und dann ist doch wieder alles möglich. Das darf man auch nicht vergessen. Und wenn die den Titel holen würden in der Champions League, dann ist es denen scheißegal auf den DFB-Pokal. Und diese deutsche Mannschaft, das kannst du glauben. Hauptsache die Champions League. Im Endeffekt sind wir auch im Drei-Punkte-System. Also wir haben noch so viele Spiele im Drei-Punkte-System. Wie schnell geht es, wenn man drei Spiele mal hintereinander Punkte liegen lässt? Und lass die Bayern ab Leipzig performen. Vielleicht finden sie irgendwann wieder... Also Fußball ist so unberechenbar, das ist übel. Und lass die hier mal verlieren. Mal schauen, was dann passiert. Die haben doch nicht verloren in der Bundesliga, ne? Wie sie mit der Situation klarkommen. Genau. Wie ist dann das Gefühl? Bleibt es so zusammen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass die stark genug sind. Aber kann sein, dass es dauert. Es kann immer was passieren im Fußball. Und es sind acht Punkte. Klar, schon normalerweise sagst du es durch, wenn es Bayern wäre. Aber bei Bayern Leverkusen haben wir ja trotzdem nur so einen Geschmack. Die können doch keinen Titel, ne? So, dieses Beigeschmack ist da. Aber ja, da müssen wir uns schon überraschen lassen. Und Bayern ist halt trotzdem immer noch irgendwo Bayern. Die spielen. Die haben diese Mannschaft, wo es auf jeden Fall umreißen können. Und um diese These eben auch zu unterstützen, weil Bayern, immer wenn es denen so ein bisschen nicht gut ging, so zwei, drei Spiele haben Punkte liegen lassen, sind sie zu irgendeinem, egal ob auswärts oder irgendeiner nach München kommt, dann sind sie wieder sowas von aufgeblüht, haben denen vier, fünf, sechs Eier eingeschenkt und dann war die Leichtigkeit wieder im Spiel da. Jetzt habe ich die Hoffnung als Bayern-Fan, dass es am Samstag eben gegen Leipzig passiert, dass sich dann gegen Lazio Rom fortsetzt. Aber die Aktien stehen halt nicht gut. Aber ich wünsche es mir, dass mal wieder vielleicht durch diese Ereignisse unter der Woche so eine Leichtigkeit, vielleicht auch beim Trainerteam, Freiheit und auch bei der Mannschaft mal so kommt. Okay, so ein bisschen der Druck ist weg. Und jetzt können wir uns wieder zeigen, Leute, komm jetzt, gebt mal wieder Gas und hauen Leipzig weg zu Hause. Man muss ja mal überlegen, das ist so eine Situation, damit können die Spieler auch nicht so krass umgehen. Drei Mal hintereinander zu verlieren. Und es waren ja auch Gegner bei Leverkusen, klar, Top-Mannschaft momentan, aber Lazio ist zu schlagen eigentlich. Bochum sowieso, sage ich jetzt mal. Und das letzte Mal, wo du dreimal hintereinander verloren hast, das war damals bei Guardiola. Ich weiß es nicht, um es zu sagen. Es ist nicht einfach, aber wie gesagt, darfst du auch nicht vergessen, es sind noch viele Spiele zu spielen. Und es ist noch nicht alles drin. Der DFB-Pokal ist ja schon weg. Aber es ist noch was drin. In der Bundesliga ist eher weniger, aber in der Champions League ist noch alles drin. Also ein 1-0 könnt ihr auf jeden Fall einholen. Aber was mich jetzt halt auch so freut, als Ex-VfBler, vier Punkte nur noch. Und wenn Bayern hier anlassst und VfB gewinnt, dann weißt du, was los ist. Dann geht es hier nochmal richtig zur Sache. Genau, also es kann jetzt wirklich für die Bayern ganz eklig werden. Und der VfB, ich sehe VfB spielerisch deutlich vor dem Bayern zurzeit. VfB und Leverkusen sind so für mich, wie der Denison aufgesagt hat, so echt spielerisch, die Top-Mannschaften in der Bundesliga. Wenn Bayern weiterhin Punkte liegen lässt, klar, VfB ist hinten dran, vier Punkte, zwei Spiele und dann sind sie auf dem zweiten Platz. Ich bin dabei, ich spiele einen überragenden Fußball. Trotzdem darf man nie vergessen, die Tabelle lügt nicht. Bayern ist trotzdem vorne. Bayern hat einfach seine individuelle Klasse, die ist einfach brutal. Das muss man einfach so sagen. Wenn die es natürlich dann wieder hinkriegen, Fußball zu spielen, dann wird es natürlich schwer. Aber VfB ist dran, spielt eine super Saison mit für mich auch einem richtig coolen Trainer, der richtig gut rüberkommt. Mehr können wir auch nicht sagen, wir sind der Außenstehende. Aber da retten wir trotzdem auch nur aus der Mannschaft Gutes. Und jetzt müssen wir jetzt schauen, dass der Dennis Sundar wieder fit wird. Der ist natürlich schon überragend. Und gerade auch für uns Deutschen, für die EM, hoffen wir natürlich, dass der dann safe, safe dabei ist. Und vielleicht noch der ein oder andere Spieler. Ich habe da gelesen, dass man in Stuttgart so in Richtung Dennis Sundar mit so Zwiegespalten schaut. Weil wenn er jetzt weiterhin performt, wird seine Ablöse immer teurer, wenn man ihn kaufen will. Wenn er weiterhin performt, ist die Frage, verkauft sein Verein, würden sie ihn verkaufen oder er wieder zurückholen. Also es sind viele Sachen, was dieses Thema angeht, das ist schwierig. Schwierige Situation für den Verein. Auch für ihn natürlich ein bisschen komisch. Du weißt nicht, was passiert. Aber es sind Profis, die VfB, die haben sowas bestimmt auch schon öfters. Absolut wohl in Stuttgart. Denke ich, ja. Und das sieht man ja auch, wie er Fußball spielt. Schwierige Situation für alle irgendwie. Man weiß nicht, was passiert. Aber die sind Profis, die haben das alles schon durchlebt. Auch vom VfB, die Verantwortung. Die wissen ja, was passieren kann. Das haben sie vorher schon gewusst. Und wir Deutschen hoffen einfach, dass der weiter trifft. Und ich als VfB-Fan und natürlich als Nationalmannschaft-Fan, sage ich jetzt mal, freuen uns natürlich dann, wenn er dann auch für die Nationalmannschaft noch treffen wird. Ich glaube, das wäre richtig geil. Und für den VfB wäre es natürlich brutal wichtig, gute Spieler auch zu halten zu können, um wieder zu performen, um vielleicht nochmal ein Stück besser zu werden. Und das wird interessant. Wie viel wird da investiert? Wie viel wird versucht? Aber ich denke, da wird alles daran getan. Ja, super. Wir sind, wir bleiben gespannt. Ganz kurz, um vielleicht dieses Bundesligaspiel gegen Leipzig abzuschließen. Wir kommen jetzt schnell zur Trainergeschichte, weil ich möchte dich fragen, was du denkst, wer am nächsten zu den Bayern ist. Unsere Einschätzung, Bayern gegen Leverkusen, ging ja total nach hinten los. Ich persönlich glaube immer noch an das Gute und glaube, dass die Bayern jetzt mit einer Leichtigkeit am Samstag gegen Leipzig gewinnen und sage 3-1. Weil das Video wird am Sonntag dann ausgestrahlt sozusagen. Oder unsere Podcast-Folge. Ich sage, es war 2-1 für Leipzig. 2-1 für Leipzig. Okay, boah. Da haben wir wieder Futter für nächste Woche zum Leben. Ich mache es ja nur spannend. Okay, also jetzt lass uns zur Trainerfrage kommen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso geht man als Verein, weil Barcelona hat es ja mit Xavi vorgemacht. Man hat gesagt, gegen Ende der Saison gehen wir getrennte Wege. Bayern zieht nach. Jetzt denke ich mir, und das wird ja so viel geredet, gibt man Tuchel die Zeit, um sich irgendwas zu suchen, um ihnen vielleicht ein bisschen weniger Geld mitzugeben. Was ich eigentlich nicht denke für Bayern, aber ich frage es mal so in die Runde. Nimmt man sich selber die Zeit, um vielleicht vom direkten Konkurrenten aus der Liga, dass man ihm die Zeit gibt, eventuell das Tribble zu holen, weil Leverkusen ist doch international unterwegs, im Pokal sind sie unterwegs und in der Liga sind sie auf Platz 1. Gambelt man in die Richtung Alonso, macht Alonso das oder sollte Alonso das machen als eigentlich relativ neuer Trainer? Geht man wieder in Richtung Hansi Flick, weil das Thema Braco ist ja erledigt. Braco ist nicht mehr bei Bayern, also könnte Hansi Flick wieder interessant werden. Holt man Zinedine Zidane? Geht man in Richtung Jose Mourinho oder hat man irgendwie die Art und Weise, einen Klopp zu überreden, wo ich ja gar keine Chance drin will? Ja, also das hast du eigentlich schon alle Kandidaten, denke ich mal, aufgezählt. Es war noch dieser Seuss-Gerb. Ja, aber ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, er ist gar kein Kaliber für Bayern und noch der Hoeneß von Stuttgart, aber der hat halt absolut gar keine internationale Erfahrung und ich glaube deswegen, dass der auch ganz schnell raus ist. Boah, also es ist brutal schwer. Ich glaube, Flick auch nicht mehr. Das würde ich, denke ich, auch nicht jetzt so, weiß nicht, das wäre für mich jetzt nicht so klar, sage ich jetzt mal. Was für mich klar sein könnte, wäre Sinedine Zidane. Er hier und Mourinho, glaube ich, auch nicht und den Rest, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, die zwei. Und warum haben die es gemacht? Klopp hat gesagt, ein Jahr gar nichts. Der Berater hat es rausgegeben. Warum haben die Bayern das gemacht? Ich glaube einfach, dass sie keinen Schnellschuss machen wollen. Das ist wirklich, und auch können sie sich auch nicht mehr leisten, dass sie einfach einen Trainer, einen perfekten Trainer jetzt aussuchen wollen, Tuchel noch die Chance geben, bis Saisonende. Sonst wäre es natürlich auch wieder ein riesen, ist so schon, ein riesen Chaos durch diesen Wechsel jetzt dann wieder, was aber jeder gewusst hat. Aber irgendwie verschiebt sich was. Man spricht nicht krass so drüber. Es ist nicht so viel Action. Die Medien haben noch Zeit, jetzt aufzuschauen, wie machen sie diesen Trainerwechsel jetzt am meisten publik, sage ich mal. Ich glaube, die wollen einfach den perfekten Trainer. Die warten ab. Vielleicht ist da auch schon was im Gange, was ich glaube. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es ein Trainer ist, der noch eine Mannschaft hat. Oder einfach sagt, ich steige nicht jetzt ein, sondern am Saisonende. es geht vielleicht auch nach diesem Trainer, der vielleicht schon frei wäre, aber der einfach sagt, warum soll ich jetzt da rein? Warte ich lieber, bis sich alles beruhigt hat? Die Jungs haben einen frischen Kopf und dann steige ich rein. Das würde ich als Trainer machen, wenn ich Sidan wäre oder was weiß ich, wo frei ist, würde ich es so machen. Und Tuchel soll das sauber beenden. Ich glaube, dass das die Variante ist, weil wenn jetzt da wieder ein Wechsel gewesen wäre, dann wäre wieder ein Riesen-Drama an der Säbener Straße bei denen. Und ich glaube, das wollten sie auch jetzt so ein bisschen vermeiden. Ist zwar auch schon so, aber ich glaube, das wäre noch größer, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, Tschüss, vor allem, wenn einer von den Verantwortlichen schon gesagt hat, nach dem Spiel so, wir bleiben beim Trainer und so. Und da weißt du auch nicht, was einen Tag später dann in der Besprechung eigentlich geredet wurde. Vielleicht haben sie gesagt, hey, der muss eigentlich jetzt weg. Aber durch diese Aussage, was du der Welt gegeben hast, können wir nicht schon wieder ein Theater machen, weil Bayern in den letzten Jahren, so kennen wir sie nicht. Bei jedem Wechsel war irgendwas. Ärger hintenrum, was weiß ich, bis zu mich mit Schlägerei drohen vom Oliver Kahn. Das hätte ich auch gern gesehen. Ja, ich glaube einfach, dass die einfach gezielt warten, den Trainerwechsel, dann zur neuen Saison, dass der Trainer von Null anfangen kann. Und das glaube ich, ich glaube irgendwie an Zidane. Ich finde es geil. Ich gehe da komplett mit dir. Ich würde auch wollen, dass es lieber Zidane ist. Ich habe aber andere Ansatzpunkte, weil die Bayern haben ja eh den Ruf, immer die Liga in einer Art und Weise immer kaputt zu kaufen, sagt man ja immer. Das waren früher die Spieler, die man aus Dortmund immer weggenommen hat. Lewandowski, keine Ahnung, wer da noch alles immer rausgekauft wurde, Leimer, solche, also es wurden immer die Besten der jeweiligen Mannschaften rausgekauft und zu Bayern gebracht. Jetzt ist die Frage, ich meine, wenn du den, wenn du die Alonso-Karte ziehst, dann musst du ja jetzt schon irgendwo Kontakt zu Alonso aufbauen. Jetzt ist die Frage, ist das fair, eigentlich deinem direkten Konkurrenten oder mit dem Trainer deines direkten Konkurrenten zu flirten, genau, am Telefon zu flirten und auf der anderen Seite tut er sich das überhaupt an und hört dir zu, weil er hat ja eigentlich so viel Arbeit zur Zeit, weil er drei verschiedene Baustellen noch hat, die er weiterhin führen muss. Genau, aber das läuft ja alles dann sozusagen über den Berater. Der Kontakt zu Alonso wird bestimmt immer irgendwo da sein von irgendeinem Verantwortlichen, wer ja auch bei Bayern schon als Spieler war. Das läuft ja alles über die Berater und die sind da wirklich Profi genug, damit umzugehen. Das ist einfach so heute im Fußball. Du kannst ja auch nicht warten, wenn die jetzt unbedingt den Alonso wollen, könntest du ja nicht warten, bis die Saison vorbei ist und der sackt dann vielleicht ab. Ich glaube schon auch vielleicht daran, fände ich für Bayern auch eine gute Sache, aber ich denke mir auch so, der Alonso kommt mir auch so wirklich so von charakterlich richtig top rüber und er hat sich sowas Krasses in Leverkusen aufgebaut und das dann einfach hier zum nächsten Kollegen zu geben, hier mach du mal da weiter, weiß ich nicht, wenn die die Meisterschaft holen. Du weißt, er hätte nochmal Bock auf ein Jahr Leverkusen vielleicht? Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich mir das aufbaue, ja es ist natürlich schwer, wenn dann so ein Verein kommt wie Bayern, du kannst da wahrscheinlich dann, klar, nächstes Jahr ist ja wieder die Kartenspieler neu gemischt und Bayern ist natürlich dann wieder Top-Favorit und das wirst du natürlich dann halt auch mitnehmen. Mit Bayern kannst du ja wirklich alles erreichen, aber vielleicht halt glaubt er auch an dieses Projekt weiterhin, weil das ist, was der sich da aufgebaut hat, das ist ja geisteskrank, oder? Das ist ja überragend, was die spielen. Die reden zwar jetzt auch nur von der Bundesliga. Ja, aber genau, die wollen das aber, vielleicht will das einfach auch nicht hergeben, das ist auch so ein bisschen, was ich glaube vom Charakter, dass er einfach sagt, nee, ich gehe dieses Ding weiter mit denen und vielleicht können wir nächstes Jahr mehr, aber dann würde ich halt auch wieder so denken, wenn ich eher wäre, es besteht halt auch schon die Möglichkeit, dass Bayern nächstes Jahr wieder alles zerfetzt. Und wenn ich dann der Dardot-Dream bin, habe ich den nächsten Titel. Und in Liverpool ist ja noch ein riesen Posten offen. Kommt ja noch dazu. Was ich noch kurz zum Thema, vielleicht auch gegen Ende nochmal andeuten möchte, wenn man die beste Zeit oder die besten Zeiten der Bayern mal so Revue passieren lässt, hatte Bayern eigentlich immer perfekte Zeit mit ruhigen Trainern. Weißt du, was ich meine mit ruhigen Trainern? Also die nicht so nach außen so den Stressigen oder den Hitzigen machen, sondern ich rede von Leuten wie Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Hansi Flick, das waren alles eher so ruhige und vielleicht in sich gekehrte und konnten dann mit diesen großen Stars umgehen. Und immer wenn es dann so ein bisschen hippelig wurde, wie Nagelsmann und dann fingen auch die Probleme an, auch in der Kabine kamen dann immer mehr Sachen nach draußen. Und ich glaube, mit so einem Zidane, der ja auch von, wenn man ihn von außen sagt, der ist ja die Ruhe in Person. Ja, Madrid, oder? Genau. Und Zidane und Alonso sind so, ich glaube, so ungefähr die selben Typen. und ich bin dann eher Team Zidane, um auch Alonso nicht die Karriere kaputt zu machen, meine persönliche Meinung. Ja. Das zu den Bayern. Lass uns ganz schnell ein paar Themen, ich habe ein paar Themen mitgebracht, noch abarbeiten. Comeback, Toni Kroos, Idee für Nationalmannschaft. Ich persönlich sage auch, beide Daumen hoch, wird dem deutschen Spiel sehr, sehr gut tun. Ganz kurz deine Einschätzung dazu. Für mich wahrscheinlich der beste deutsche Spieler, der auf so langen Zeitraum auf einem gigantischen Niveau gespielt hat, einem gigantischen Verein bei Real Madrid. Alter, die Erfahrung, das Spiel, was er macht, wie er das mitbringt, egal ob es am Ende dann funktioniert oder nicht, das ist aber für mich logisch, nehme ihn mit und da braucht man auch gar nicht hier irgendwie rumschwätzen. Alter, du kannst einen Toni Kroos mitnehmen, mit seinen Erfahrungen, mit seinem Spiel, was er kann, Standards und was weiß ich, was der alles mitbringt. Der bringt einfach alles mit Führungsqualität für mich auch safe. Sehr gut, wie auch nur das Nagelsmann mit all diesen verschiedenen Charakteren dann gut umgehen kann. Nächster Punkt, ich habe gelesen, Thomas Hitzelsberger ist aktiv in Dänemark bei Alborg und hat jetzt drei Influencer für sich gewinnen können, weil er nach dem letztjährigen Abstieg mit der Mannschaft Alborg erstens dieses Jahr sofort wieder aufsteigen möchte und diese drei Jungs, da geht es um Vizca Barca, unsympathisch TV und Trimax, mit diesen drei Jungs auch die Mannschaft in Deutschland so ein bisschen bekannter machen möchte. Was ich dich fragen möchte, hat es früher auch schon gegeben, dass Business und Fußball so nah beieinander war, wie es jetzt ist? Du meinst eher Fußball und Social Media? Ja, Social Media kann ich so nicht sagen, weil damals war ja das Internet noch nicht so, also so wie die Welt haben. Also sowas hat, also die Fußballwelt verändert sich und besonders mit den Social Media, mit den Influencers finde ich gut. Es ist was Neues, wir müssen halt immer wieder klarkommen damit, weil wir den Fußball einfach nur Fußball kennen, aber ich meine, den VR haben wir jetzt auch irgendwo akzeptiert, es geht immer so weiter. Irgendwann könnte man dann vielleicht auch mal einen Stopp machen, dass der Fußball und das alles dann so ein bisschen bleibt, man muss es nicht immer verändern, aber jetzt mit diesem Influencer-Thema finde ich okay, du gibst den Jungs auch Bühne, eine Chance da mitzuwirken, die stehen ja nicht auf dem Platz, ist ja alles außenrum und die ganze Jugend und die ganzen Leute gehen das ja auch mit, also ich meine, hoffentlich gehen sie mit, dann gehen sie ja mit uns auch ein bisschen mit. Ja, ich habe ja also krass ist, was für ein, was für, also eine Menge an Menschen, die drei Jungs mit sich bringen, ich glaube, alle drei zusammen über fünf Millionen Abonnenten oder sowas und dann so eine Mannschaft wie Arlberg, also ich glaube, nächstes Jahr ist Arlberg hat selbe Bekannten, also vom Niveau her ist genauso bekannt wie FC Bayern. Also die Follower-Zahl wird da wahrscheinlich richtig hoch gehen, ja, wird interessant, ich wünsche dir natürlich meinen alten Kapitän-Hitze, Hitzesberger, alles Gute und ja, hoffentlich klappt es und auch für die Jungs, ich denke, dass es auch ein Riesending für denen ist und ja, viel Glück, auf jeden Fall. Letztes Thema und dann verabschieden wir uns schon wieder, Mbappé bei Real Madrid, ich habe gelesen, 150 Millionen Handgeld, über 20 Millionen im Jahr, verdient deutlich weniger wie bei Real, äh, wie bei Paris. Ich persönlich sage, okay, wohin willst du sonst, als Mbappé gehen, außer zu Real oder zu Barca, aber Real will ihn, glaube ich, mehr als Barca oder Real hat mehr Geld wie Barca, deine Hinschätzung? Ja, Geld, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist so wie es ist, kann man nicht verändern. Einer der wenigen wirklich klasse, klasse Spieler, wirklich, ich kann es an der Hand abzählen, haben wir schon gesagt, soll das Geld bekommen und für mich ist es schon so ein Schritt, wo ich verstehen kann, zu Real Madrid zu gehen. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und... Aber ich will nicht mehr über Geld reden. Ja, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen mehr vielleicht also fußballerisch reden, wie so drumrum, also ich will auch mehr also auf dem Platz sein, so von den Gedanken her, wie jetzt drumrum irgendwelche Trainerentscheidungen. Ich will, dass da Ruhe einkehrt und du einfach dein Wissen uns mitteilen kannst und wir als Fans dann mit den Zuschauern zusammen... Genau. Das Investoren-Ding ist ja auch erledigt. Ist auch erledigt. Haben wir ja gesagt, warum wir gar nicht mehr drüber reden. So ist es. Die Fans haben gewonnen. Gehen wir alle mit. Und ja, kann ich noch an die Zuschauer was richten? Sehr gerne. Leute, wir haben auch diese Challenge-Video, unser Challenge-Video rausgebracht. Geht drauf, hier unten ist es. Geht drauf, klickt drauf und schaut mal, wie ein richtiger, dicker Ex-Profi auf die Schnauze fliegt. Ja, stimmt. Der Timo macht dort sehr, sehr gute Bilder. Aber nochmal vielen Dank, dass ihr auch heute da wart und wir sind nächste Woche wieder da. Wie gesagt, kommentiert, liked uns, das braucht nur einen Klopf, nee, nur einen Klick auf die Abonniert-Ding und ja, unterstützt uns weiterhin. Es macht sehr viel Spaß. Spotify ebenfalls, ist alles unten verlinkt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Timo, nochmal. Super, Bochum, super, Bochum. Ciao. Ciao, ciao, ciao. tos, Untertitelung des ZDF, 2020